Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder Herr Goodie mit einem weiteren Guide zu Call of Duty Modern Warfare Remastered. Und zwar geht es heute um die Trophäe, den erfolgt keine Ruhe, stechen sie einen am Boden in den liegenden Gegner ab. In welcher Map ihr das macht, ist ziemlich egal. Ihr sucht euch einfach eine Stelle aus, wo relativ wenige Gegner sind, so wie hier. Hier haben wir nur zwei und jetzt probiert die Jungs nicht zu erschießen. Seht ihr, der kriecht noch durch die Gegend, der lebt noch. Hinrennen, abstechen, das war es normalerweise. Aber ihr müsst darauf achten, ihr habt das eben gerade vielleicht gesehen. Der Typ ist erst von uns davon gekrochen. Wenn ihr den erstecht, während er von euch wegkriecht, gibt es den Erfolg nicht. Ihr müsst also wirklich warten, dass er sich umdreht, in eure Richtung guckt und anfängt zu schießen. Oder halt besser gesagt, wie er schon auf dem Popo sitzt. Dann klappt es auch mit dem Erfolg, solange er noch wegkriecht, weg von euch kriecht, klappt das nicht. Ja, das war es schon gewesen. Ganz kleine kurze Geschichte nur. Ich habe auch zwei, dreimal gebraucht. Ich denke, was soll das? Das klappt doch hier nicht. Ja, es lag wirklich daran, dass sich der Typ erst umdrehen muss, in eure Richtung schauen. Und dann funktioniert das auch mit der Trophäe. Ja, und ich hoffe, das kleine Video hat euch auf alle Fälle gefallen und geholfen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert auch den Kanal, verpasst ihr hier einfach kein neues Video. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei beim nächsten Guide. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Joll-Ukantier